Na, das wird ja dauern. Na, das wird ja. Na, das wird ja. Mehrzweckkreuze. Ich hasse Kreuze. Also Level 10 will ich dir ja mindestens heute noch erreichen. Also gibt es noch lange weiter hier. Vielleicht auch Level 15 mal gucken. Ich bin Bridget McKennon, CEO von USS Shanghai. Ich bin froh, ich bin froh, dass Sie uns mit uns kommen können. Meine Wissenschaftler sind auf der Seite und durchführen initiale Surveys. Wahrscheinlich, dieses Ort ist ziemlich die Geologische Marbelle. Wir sind nicht diejenigen, die presentieren. Unsere Freunde von der Gorn... Ich bin froh, dass meine Leute nicht mehr eine andere Hand auf dem Geologische Marbelle. Feel free to join the party. Ich bin froh, dass meine Leute nicht mehr eine andere Hand auf dem Geologische Marbelle sind. Ich bin froh, dass meine Leute nicht mehr eine andere Hand auf dem Geologische Marbelle sind. Ich bin froh, dass meine Leute nicht mehr eine andere Hand auf dem Geologische Marbelle sind. Nrg Das ist logisch. Was sind das für mineraler Formationen? Was ist das für mineraler Formationen? Nein, das ist anders. Das ist alles. Das ist das für die Farbe. Das ist die Farbe. Die Metronen nicht vorbereiten die Plane. Wer bekommt die Mineralreise zu diesem Planeten wird glücklich, sehr glücklich. Meine Sprache zeigen, dass es Dylithium auf diesem Planeten gibt. Ich muss noch mehr Schäden machen, um sicher zu sein. Die Varietate von Mineralien in der Topsoil selbst ist wunderschön. Entweder meine Trie-Quart ist broken, oder der Soil hier hat eine unglaublich hohe Konzentration von Sulfur. THIS是的 ... Huh? Wartierai? Wartier! Wartier phäse! Wartier wurde die Abenteuer! Wir müssen zu derропa! Wer würde das tun? Ha ha ha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Dann können wir es über den Weg gehen und zurückkommen. Hast du das Kapitän Kirk gehört zu diesem Ort? Wir haben alle die Materialien, die wir hier brauchen, um die Bomben zu machen. Sie werden nicht so schnell wie ich sie. Aber sie werden hinter uns kommen! Und gone! Oh man! Was war ja gerade das witzige hier! Ich glaube der hat gerade Kalklöten mehr Komm Bruder! Schnelle! Schnelle! Nächste Lamm! Mann, hab ich ein Bambusrohr! Kann man auch falsch verstehen! Mann, ihr werdet hier! Ich bin das Angler! wo ist die jetzt weiter mich überraschen ich will kohle gibt mir kohle aber nicht die kohle ich meine zu richtigen kohle also ich mein es egal ich wisse was ich meine ich will runter man das sieht soo soo noch 23 jahrhundert mäßig aus hier Ja. Wir knallern und wir knallern auf die Dorn. Die Bomben sind tot. Eine Bombe. Zweite Bombe. Und jetzt noch das Bombe. Ja, ja. Oh, scheiße. Jetzt macht's Bombe. Grenade! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber das ist kein Tor. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja.